. 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 Steigt schnell ein, wir haben eine Mission zu erfüllen. Also Jungs, ich würde gerne die Carmen überraschen. Weißt du noch Johann, als wir zu meinem 25-jährigen Jubiläum, da habt ihr mir doch diese riesengroße Schwarzwälder Kirschtorte gemacht. Aber bitte mit Sahne. Und irgend so was Verrücktes würde ich gern der Carmen schenken. Aber ich kann dir eins sagen, ich habe damals mit der Carmen fünf Tage und fünf Nächte daran gearbeitet. Es war echt aufwendig. Dieses Mal geht schneller. Ihr habt nämlich mich dabei. Hoppla, jetzt ist mein Hut weg. . 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 …? . . Also, zack, zack. Guck mal, Hermi. Die Viecher, die spucken doch. Ach, Quatsch. Also, ich kann damit gar nichts anfangen. Seid ihr Memmen oder Wikinger? Wikinger, was sonst? Lass meine Kräuter hier. Also gut, pass auf, wir machen einen Alpaka-Kuss. Schau mal hier. So, da war es. Super, ihr seid aufgenommen. Sag mal, Alphons. Ja. Wie sieht eigentlich der Roland Kaiser aus? Ich finde, dass der so ähnlich ausschaut wie du, ohne Bart. Findest du? Klar. Andrea, hast du eine Schere? Ja. Ich muss mir was zurechtschneiden. Gib mal her. Das wird eine mega Überraschung für Carmen. Yes! Haben wir gut gemacht, oder? Komm, wisst ihr was? Jetzt trinken wir noch. Komm, schau. Ja, und ist das Wasser. Ich siehs, das Wasser. Ich siehs, das Wasser. Ich siehs, das Wasser. Ich siehs, das Wasser. Oh. Danke. Prost. Prost, Prost. Danke. Sehr geil. Prost, Prost, Prost. 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 Untertitelung des ZDF, 2020